Fabian, du hast 13 Jahre beim FC Bayern München gespielt, was hat dich da in dieser Zeit am meisten geprägt? Natürlich hat mich geprägt immer gewinnen zu wollen beim FC Bayern, wir mussten immer gewinnen. Bist du kalt- oder warmduscher? Ich mag eigentlich beides sehr gern. Es kommt immer darauf an, wie die Temperaturen draußen sind.